Gut, im letzten Video möchte ich mich jetzt gerne um den Hintergrund des Bildes kümmern und um finale Schritte zur Abrundung dieses Bildes. In diesem Fall habe ich mich für Palmen entschieden. Bei euren Bildern könnt ihr natürlich experimentieren, wie zum Beispiel auch mit Skylines von Städten, je nachdem, was euch gefällt. Und in diesem Fall möchte ich gerne Palmen platzieren. Das heißt, ich wähle in meinem Fall vom Windows Explorer die Datei aus, ziehe diese in Affinity Photo hinein, lasse los und entsprechend habe ich beispielsweise dieses Bild hier platziert. Zoom ein wenig hinaus und ziehe diese Ebene erst einmal direkt unterhalb unseres Originalfotos. Das heißt, hier in diesem Bereich, ich habe wieder darauf geachtet, dass der blaue Balken durchgehend ist und entsprechend sehen wir jetzt hier im Hintergrund unsere Palmen. Durch Klicken und Ziehen dieser Anfasser kann ich entsprechend das Ganze vergrößern oder verkleinern, bis mir das Ganze von der Komposition her gefällt. Das ist mir etwas zu groß. Ich würde mal sagen, so sieht das ganz gut aus. Vielleicht sogar tatsächlich ein bisschen in die Länge ziehen hier zum Beispiel. So. Genau. Ungefähr so. Und auf diese Art und Weise haben wir jetzt schon mal unsere Palmen hier platziert. Und auch auf diese Ebene möchte ich natürlich wieder Filter-Ebenen anwenden, damit wir diesen typischen comic-haften Look erreichen. Als erstes möchte ich wieder Staub und Kratzer verwenden, damit das Ganze etwas mehr weich gezeichnet wird. Das heißt, ich wähle diese Ebene aus, begebe mich in die Live-Filter hinein und wähle Staub und Kratzer aus. Diese Ebene soll sich natürlich wieder als Unterebene bzw. Schnittmaske nur auf diese Palmen-Ebene auswirken. Deswegen nehme ich diese wieder, ziehe diese in diese Palmen-Ebene hinein, lasse los. Und auf diese Art und Weise haben wir jetzt hier wieder eine Unterebene erzeugt. Und ich werde entsprechend hier den Regler nach rechts ziehen und schaue mir im Bild an, was mir da ganz gut gefällt. Ich würde mal sagen, so bei ungefähr 24 Pixeln sind wir gut dabei. Und um jetzt noch ein paar Details wieder hervorzuholen, muss ich bei dieser Ebene wieder den Ebenen-Mischmodus ändern, in diesem Fall zum Beispiel auf dunklere Farbe. Gewissermaßen machen wir jetzt dasselbe wie auch schon bei dem Bild dieses Mannes. Das heißt, jetzt will ich zum Beispiel wieder eine Tontrennung durchführen. Das heißt, ich wähle eine Anpassungsebene aus, wähle hier Tontrennung aus, wähle jetzt diesen Schieberegler nach rechts oder links und schaue mir entsprechend an, wie das Bild aussieht. Und hier kann ich, glaube ich, relativ weit nach unten, 6 oder 7, würde mal sagen, bei 6 sieht das Ganze ganz gut aus. Natürlich möchte ich nicht diese veränderten Farben sehen, werde also den Ebenen-Mischmodus wieder auf Luminanz setzen. So sah das Ganze vorher aus, so sieht es jetzt aus und so gefällt mir das ganz gut. Außerdem möchte ich den Kontrast wieder erhöhen. Das Ganze erreiche ich wieder mithilfe einer Gradationskurve, setze also hier wieder die Mitteltöne fest, klicke hier und werde das Ganze aufhellen und hier unten entsprechend abdunkeln. So sieht das eigentlich ganz schön aus. Ungefähr so können wir das lassen. Und auf diese Art und Weise wurden die Farben wieder etwas gesättigter. Wie gesagt, hier könnt ihr, wenn ihr das nicht möchtet, den Ebenen-Modus einfach wieder auf Luminanz setzen. Ich werde jetzt wieder eine weitere Anpassungsebene erzeugen und zwar wieder HSL, um das Ganze noch etwas farbiger zu gestalten. Und zwar ziehe ich jetzt den Sättigungsregler ein wenig weiter nach rechts. Ich würde mal sagen, so auf ungefähr 26, 29 oder 30 Prozent. So sah das Ganze vorher aus. So sieht es jetzt aus, schon weitaus comichafter, lebhafter. So gefällt mir das eigentlich ganz gut. Gut, und außerdem möchte ich den Hintergrund jetzt noch ein wenig einfärben. Und zwar werde ich das wieder mit einer Füllungsebene erreichen. Das heißt, ich wähle Ebene aus, neue Füllungsebene und habe entsprechend das Ganze jetzt aktuell mit Weiß gefüllt. Ich wähle also diese Ebene aus, klicke hier auf den Farbwähler und habe auch in diesem Fall wieder die korrekte Farbe parat. 230 für Rot, 108 für Grün und 64 für Blau und schließe das Ganze. Und damit sich diese Farbe jetzt schön mit dem Hintergrund, mit unseren Palmen vereint, werde ich von dieser Ebene den Ebenen-Mischmodus von normal, in diesem Fall auf lineares Licht, umändern. So sieht das richtig schön knallig aus. So sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus. Schauen wir uns das mal von Weitem an. Vorher, nachher, vorher, nachher. Ja, und jetzt haben wir natürlich den Hintergrund schön farbig eingefärbt. Allerdings soll sich dieser Orangeton auch ein wenig auf den Vordergrund auswirken, damit das Ganze etwas harmonischer wirkt. Ja, und das Ganze können wir ganz einfach erreichen, indem ich jetzt von dieser Füllungsebene eine Kopie erstelle mit dieser Farbe. Ich drücke STRG und J, habe damit eine Kopie erstellt und ziehe diese jetzt oberhalb unseres Originalfotos, achte wieder darauf, dass entsprechend hier ein durchgehender Balken zu sehen ist und ich lasse los. Natürlich ist das jetzt alles viel zu kräftig. Ich lasse den Ebenenmodus auf lineares Licht, werde allerdings die Deckkraft hier reduzieren. Entweder indem ich auf Deckkraft klicke und ziehe nach links oder nach rechts, oder ich gebe hier zum Beispiel numerisch einen Wert ein, wie zum Beispiel 19%. Und auf diese Art und Weise fügt sich der Vordergrund jetzt auch besser in den Hintergrund ein, kann natürlich hier entsprechend ein wenig spielen, bis mir das Ergebnis gefällt. Ja, und hier sehen wir das finale Ergebnis. Ich habe den Hintergrund, also diese Palmen noch ein wenig skaliert, damit diese etwas kleiner aussehen. Und was ich am Ende einer Bearbeitung generell gerne mache, einige von euch, die meine Videos regelmäßig ansehen, werden das wahrscheinlich schon ahnen, ist ein Rauschen über das Bild zu legen. Wenn ich einmal ins Bild hineinzoome, sehen wir das Ganze aus der Nähe. Und ich mag grundsätzlich bei Composings oder derlei Arbeiten, dass man schlussendlich noch ein kleines Rauschen über das Bild legt. Und das möchte ich in diesem Fall ebenfalls machen. Das heißt, ich klicke die oberste Ebene an und wähle jetzt hier unten einen Live-Filter aus, und zwar Rauschen hinzufügen. Dementsprechend sehen wir jetzt an oberster Stelle einen Live-Filter Rauschen hinzufügen. Und hier kann ich mit der Intensität spielen, sodass wir hier ein leichtes Rauschen im Bild sehen. Das mag ich, weil sich auf diese Art und Weise die unterschiedlichen Bildbestandteile wunderbar zusammenfügen. Sollte man natürlich nicht übertreiben, das wäre mir zum Beispiel zu viel. Aber so in diesem Bereich gefällt mir das Ganze ganz gut. Ich schließe das Ganze und werde die Deckkraft dieser Ebene noch ein wenig reduzieren, so dass das Ganze sich noch besser mit dem Rest des Bildes vermischt. Ich doppelklicke nochmal, kann eventuell das Ganze doch noch etwas stärker einstellen. So würde ich mal sagen. Ja, und auf diese Art und Weise haben wir dieses Bild jetzt bearbeitet. Ich kann das Ganze mal ausblenden. Dazu klicke ich die oberste Ebene an, halte die Shift-Taste gedrückt, klicke hier die Hintergrundfarbe-Ebene an. Auf diese Art und Weise habe ich also alle Ebenen ausgewählt, mit welchen ich dieses Bild bearbeitet habe. Und klicke jetzt zum Beispiel auf eines dieser Häkchen und auf diese Art und Weise werden alle ausgewählten Ebenen gleichzeitig ausgeblendet. Zurück bleibt hier unten unser Originalbild auf der Hintergrund-Ebene. Das heißt, so sah das Bild vorher aus. So sieht es jetzt aus. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Videotrainings angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stellt diesen Bildlook doch einfach einmal mithilfe eurer ganz eigenen Originalbilder nach und präsentiert sie uns vielleicht im Forum. Möchtet ihr noch weitere meiner Videotrainings sehen, schaut einfach hier bei Tutkit bzw. PSD-Tutorials. Dort findet ihr viele meiner Videotrainings zu Themen wie Photoshop, Adobe Illustrator, Composings, Affinity Photo, Gimp und mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Mal.